Hey! Wie schön, dass ihr das Video gefunden habt. Ich wollte euch nur kurz was sagen. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Diese Woche und ab jetzt, jede Woche eigentlich, soll der Check-In wieder jeden Tag aufhaben. Aber das ist ja nichts Neues. Hatten wir ja schon letzte Woche. Aber ab jetzt hat Check-In immer vier Stunden am Tag. Also nicht mehr nur zwei, sondern jetzt immer vier Stunden. Ihr könnt ab jetzt schon um eins ins Check-In kommen. Immer von um eins bis um fünf. Ihr könnt also schon um eins kommen und bis um fünf bleiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch zwischendurch gehen oder wie auch immer. Wir werden auch wieder was für euch zum Essen haben, damit ihr nicht so großen Hunger haben müsst. Und ja, wir freuen uns einfach, dass wir jetzt mehr Zeit mit euch haben können. Dass wir jetzt so lange miteinander abhängen können und Spaß haben können. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele von euch diese Woche kommen, damit wir euch alle sehen. Wir freuen uns auf euch. Also ab jetzt, Check-In immer vier Stunden geöffnet.